Na hallo zusammen, hier ist wieder dein Channel und heute bin ich wieder für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um die Maske des Syndikats. Das ist dieses schicke Item hier und das habe ich eben von einem Rare Mob bekommen. Und zwar ist das die Sängerin und die befindet sich hier im Arati-Hochland in der Warfront auf den Koordinaten 51, 58. Also quasi hier auf Goscheks Hof hier unten. Und zwar ist die hier in der Scheune drin, die wurde jetzt bloß gerade umgeboxt. Das ist ein Rare Mob, den kann man quasi einmal umboxen und dann hat man erst den Reset wieder, wenn man die Warfront wieder erneut eingenommen hat. Ich kann euch das jetzt einmal kurz zeigen und zwar habe ich das jetzt auch schon mal eingesetzt bei der ersten Aufnahme, die ich verkackt habe. Aber es ist quasi einfach so ein Band hier um den Charaktermund vom Char. Beim Tauren sieht es hier so ein bisschen komisch aus. Aber ja, wieder ein Toy mehr. Also fürs Aussehen würde ich es jetzt nicht nehmen. Hat eine Stunde Abklingzeit und ist quasi eine halbe Stunde drauf. Und eins von den etlichen Toys, die man hier bekommt. Ihr seht, das sind ziemlich viele. Drei Toys habe ich bis jetzt, da habe ich jetzt auch schon Videos gemacht. Und ja, mal gucken, ob ich noch mehr sammeln kann und die euch präsentieren kann. Das war es auch schon wieder in einem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.